Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar mit mir, dem Darth Kylo LP. Und ja, wir spielen heute mal wieder Hogwarts Mystery. Nein, ich sag's diesmal nicht falsch. Ich hab hier eine schicke Tasse Tee neben mir, die ist höchstwahrscheinlich schon wieder kalt. Aber naja, was soll's. Ähm, und zwar heute. Heute ist auf jeden Fall richtig viel Schulzeug dran und sowas. Weil wir müssen eins von den beiden hier machen und dann müssen wir eigentlich auch noch, ähm, ich wollte grad Till sagen. Ne, wie hießen die nochmal? Tonks. Tonks hieß die, genau Tonks hieß die, bin ich dumm. Ich glaub schon. Genau, dann können wir, also Tonks wäre vielleicht gut, wenn wir die noch ein bisschen aufleveln könnten. Ähm, ja, also Plan machen, Lektion, danach Tonks und dann, wenn wir vielleicht noch Zeit haben, können wir ja Bowtruckles machen. Oder mit Hagrid herumalbern. Ja, I think das machen wir. Ich spreche schon wieder Deutsch, Englisch, irgendwas, keine Ahnung. Ja. Ich würd sagen, wir machen Depulso. Ah, wir sind mal hier direkt richtig hier. Ähm, weil das ist gut, das ist gut für Duelle und das ist einfach perfekt und geil und so. Äh, ich hab gehört, dass ein, ich hab gehört, dass ein Irwicht im pflegemagischer Geschöpf mal die Form eines Drachens angenommen hat. Ach du Scheiße, das ist krass auf jeden Fall. Okay, Ben will mit uns reden. Mein Mikrofon. Ist das eigentlich gut so, Mikrofon? Ist Musik gut? Schreib das mal gerne unten in die Kommentare, weil sonst weiß ich das ja nicht. Ähm, ich frage mich, ob man Irwicht bei mir verwirrt wäre, weil er bei meinen, bei all meinen Ängsten eine riesige Auswahl hätte. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Willkommen, meine lieben Schüler. Heute lernen wir Depulso, den Verscheuche-Zauber. Es ist eine nützliche und mächtige Zauberkunst, die sowohl Objekte als auch Lebewesen wegschickt. Sehr cool. Ich gebe Schülern normalerweise Kissen, an denen sie diesen Zauber ausprobieren können. Aber in meiner letzten Stunde hat ein Schüler alle meine Kissen mit hellblauen Flämmchen verbrannt. Ich entschuldige mich für den, für den weniger komfortable und vermutlich von Verletzungen begleitenden heutigen Unterricht. Ja, das ist doch gut, ne? Fangen wir an. Ja, drei Stunden und fünf Sterne. Let's go. Ich habe mir eben auch nochmal eine schöne, dicke, fette Ladung Energiepunkte geholt. Wir haben jetzt ca. 2400 Energiepunkte. Beim Umgang mit dem Verbannungszauber gilt eine Reihe von Dingen zu beachten. Ich werde Ihnen zunächst zeigen, wie man Depulso zaubert. Schauen Sie mir so. Sehr gerne, Mister. Ähm, mäm, 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 mäm. Okay, gut. Das haben wir jetzt auch gecheckt, würde ich mal sagen. Also, so langsam sollte man das auf jeden Fall mal gecheckt haben. Warum kann ich plötzlich so schnell sprechen? Ich glaube, ich habe zu oft Kontra-Kau oder sonst was gehört und mitgewappt. Weil irgendwie rappe ich auch alles irgendwie gerade, ne? Dies ist der wichtigste Teil meiner Vorführung. Passen Sie genau auf. Konzentrieren. Perfekt. Zack. Goldene Mitte. Ähm, ja, vielleicht sollte ich das einfach, das Ganze hier auch einfach mal rappen. Und hinter Kontra-Ka-Musik laufen lassen. Aber ich glaube, das wäre nicht so vorteilhaft. Vor allem wegen Copyright und so. Wäre ja nicht gebannt werden. Ähm, Depulso-Haltung üben. Genau. Sie müssen mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen und den Körper stabil halten. Sonst ist das Einzige, das verbrannt wird, ihr Holz. Äh, ihr Holz. Ihr Stolz. Junge, was laber ich da? Ich weiß es auch nicht, Leute. Ich weiß es doch auch nicht. So. Dann haben wir den nächsten Stern auch schon geschafft. So, batz. Wer kann den Verscheuchelzauber vorführen? Mr. Kailo, wie wäre es mit Ihnen? Ja, ich muss es natürlich immer machen. Und ich mache es natürlich immer richtig. Perfekt. Wäre auch irgendwie komisch, wenn ich das jetzt nicht hinbekommen hätte. Das wäre sehr, 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 sehr komisch gewesen. Ja. Leute, schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Der müsste unten in der Videobeschreibung, ähm, verlinkt sein. Weil ich will heute Abend noch streamen. Also, nicht wo das Video rauskommt, sondern an dem Tag, wo ich jetzt aufnehmen werde. Weil das ist ein Freitag und ich bin nicht jeden Freitag live. Meistens Samstag, Sonntag. Aber diese Woche, also letzte Woche bei euch, war ich Freitag und Sonntag live. Wenn man das so versteht, wie ich meine. Genau. Die Beschwörung für den Verbannungszauber lautet die Pulse. Probieren es, probieren Sie es selbst aus. Hören Sie Ihrem Nachbar zu und helfen Sie einander. Nö, wir helfen niemandem. Ähm, wir sind doof und dumm und keine Ahnung was. Äh, warte was. Nee, Leute, wir helfen natürlich anderen. Das ist sehr, sehr wichtig. Äh, oh, was nehme ich denn da? Was nehme ich da? Das da. Weil das können wir immer holen. Obwohl, Futter eigentlich auch. Aber davor habe ich keinen Bock immer. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aussprache bei Zaubersprüchen. Dürfen keine Fehler passieren. Genau. Klick einfach daneben, Kylo. Genau. Ich glaube, die 5 Stunden Schlaf kicken auch mal wieder rein. Obwohl, nee, 5 Stunden geht eigentlich. 4 Stunden ist schlimmer. Da kickt es noch mehr rein. Aber, naja. Man kann auch nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben. Genauso wie bei den Pferden. Die züchte ich immer noch. Ich mache nur kein Let's Play, äh, aktuell darüber. Da ist ein Fohlen auch letztens 3 cm zu groß geworden. In Ihrem Buch finden Sie wichtige Informationen zum Verbannungsdauer. Machen Sie sich ausführliche Notizen. Auf jeden Fall zum Pferde-Let's Play kommt man, äh, irgendwo auf mein Profil. Auf jeden Fall, äh, da müsste eine Playlist sein, irgendwie EP-Pferde-Let's Play oder keine Ahnung, wie ich das genannt habe. Müsste dann da irgendwie mal ein bisschen suchen oder so. Da müsste das ja eigentlich auch zu finden sein. Wir sollten zusammenarbeiten. Wir müssen uns an jedes Detail des Zaubers erinnern. Konzentriere dich. Jo, ich kann mich natürlich immer konzentrieren, auch wenn ich nur 4 oder 5 Stunden geschlafen habe. Eigentlich kann ich mich auch konzentrieren, wenn ich 3 Stunden geschlafen habe. Also so ist das jetzt auch nicht. Wenn ich gar nicht schlafe, dann wird es kritisch. Ähm. Jo. Aber ich glaube, das ist bei allen so, würde ich jetzt mal denken. Äh, ja. Ich labere hier mal wieder irgendeine Scheiße, Leute. Ich weiß auch nicht, was ich hier so wieder mache, ne? Es scheint, als hätten sie den Dreh raus. Verbanden sie es... Verbanden sie es jetzt? Heh. Zaubern sie selbst. Die Pulse. Ja, klar. Die Pulse ist das einfachste Spiel, was ich kenne hier, ne? Äh. Bop, 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 bop. Und den letzten Stern haben wir auch. Jetzt haben wir noch 2353. Äh. Energie. Ja, ich denke, das sollte auch so für ein paar Wochen reichen. Ich glaube, dass ich jetzt bereit bin, die Pulse zu zaubern. Die Pulse zu zaubern. Das ist der, der... Ich glaube, der stärkste Duellzauber, den es gibt. Ja, hat nicht so viel geklappt. Den habe ich wohl nicht so gut verscheucht. Ähm. Ja. Empathie-Punkte. Das ist auch gut. Gut. Das ist sehr, sehr gut. Weil dann werden wir jetzt demnächst auch wieder ein paar mehr Duelle machen. Bitte führen Sie den Verscheuchelzauber vor, Mr. Kylo. Klar, Mr. Flitwick. Da haben Sie meinen Verscheuchelzauber. Boah. Und Ben hat natürlich wieder Angst, ne? Depulso. Geh weg, du Ding. Boah. Gut gemacht, Mr. Kylo. Zehn Punkte für Guflindor. Boah. Wenn ich verkackt hätte, hätte ich die Punkte nicht geholt, oder wie? Vielen Dank, Professor Flitwick. Ja, ist ja auch nicht so, dass wir schon irgendwie 200 Punkte über dem ersten Platz oder sowas sind. Nee. Überhaupt gar nicht, ne? So. Hallo. Das haben wir. Gut. Punkte. Kurz gucken. Ja. Immer noch so circa 200. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Nicht knapp, sondern 199 Punkte sind das, glaube ich. Ja. Genau. Gut, dann schaue ich mal auf die Zeit. Acht Minuten sind vergangen. Gut, da haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Ach so, genau. Da wollte ich ja Tonks erstmal aufleveln. Das ist nämlich wichtiger. Äh, also, nee, das ist nicht wichtiger, sondern das ist einfach eine normale Aufgabe. Hust, Hust. Genau. Weil wichtiger ist ein Streamer und ich bin ja nicht wichtiger. Falls man das versteht jetzt. Ähm, genau. Dann machen wir Tonks jetzt erstmal. Bum, 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 bum. Einmal nach hinten scrollen. So. Oh, Tonks, 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 Tonks. Hier. Nymphedora. Beziehungsweise, die will ja so nicht genannt werden. Ähm, was ist Phil's Titel? Hausmeister. Nichts gut, wie ich es letztes Mal angetippt habe. Äh, einer in der letzten Folge, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oh, ich muss auch noch diese Woche noch zwei Videos schneiden. Phil Krabbel auf. Also, dieses Video und dann noch ein Hogwarts Legacy Video. Ähm, genau. Das mache ich aber am Wochenende. Also, nicht jetzt, weil jetzt ist Freitag und das mache ich morgen oder am Sonntag. Äh, wen hat welche am liebsten? Äh, Mrs. Nois oder Fesseln. Das geht auch. Aber Kinder nicht. Genau. So, Mrs. Nois. Wow. Im Inhalt von zwei Fragen alles aufgelevelt. Warum ist sie so kacke? Okay, die haben wir aber immer noch nicht. Dauert anscheinend ein bisschen längerer bei ihr. Ähm, ist die Frage, ob man Hagrid hier auch aufleveln kann. Das wäre nämlich auch mal wichtig. Äh, Koboldstein spielen. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Oh mein Gott, Alter. Weil letzte Folge war das ein bisschen zu leise. Kann man Hagrid aufleveln? Nee, kann man nicht. Okay. Gut. Dann, welcher Zauber kann einen unsichtbar machen? Zauber. Wahrscheinlich Zauber, Homophostzauber, Desillusionierungszauber. Genau. Der Desillusionierungszauber. Bäh. Sehr schwierig auszusprechen. Muss man mal dreimal schnell hintereinander sagen. Desillusion... Desill... Ich kriege es nicht mal beim ersten Mal hin. Perfekt. Einfach nur perfekt, Carlo. Welcher Zaubertrank tarnt einen? Tarnt einen? Der Megapowertrank? Vielsafttrank? Amortentia? Amortentia ist, glaube ich, ein Liebeszauber. Also nein. Der Megapowertrank, der macht einen so stärker und so. Also eher der Vielsafttrank. Genau. Aber Amortentia ist doch eigentlich Liebeszauber, vor allem Liebestrank, glaube ich. Oder liege ich da jetzt falsch? Äh, muss ich da nochmal nachgucken. Oder ich schreibe es... Ihr könnt es auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Wer weiß. Ob ihr das wisst? Keine Ahnung. Wie wird man zu einem Metamorph Magus? Man wird so geboren. Ist ganz einfach. Es wird einem beigebracht. Das kann man auch beigebracht. Okay. Man wird gebissen. Ne, gebissen nicht. Das wäre dann bei Vampiren oder Wehrwölfen oder so. Genau. Einsammeln. Oh mein Gott. Es fehlen nur noch sechs Punkte einfach. Das ist cool. Dann spiele ich einfach morgen oder so weiter. Keine Ahnung. So. Dann haben wir das nämlich auch gemacht. Mehr können wir da bei Tonks nämlich noch nicht machen. Und es sind erst elf Minuten vorbei. Hilfe. Und deshalb gehen wir jetzt nochmal eine Nebenquest machen. Und zwar, wir treffen Helgut. Genau da, wo wir eben auch waren. Mit Helgut treffen. So. Hallo Helgut. Was geht? Was geht? Was geht? Schön, dass du hier bist, Darcy. Ich habe eine Aufgabe für dich. Direkt von Professor Dumbledore. Wow. Krass. Für mich? Für uns beide. Ein Auftrag für zwei Personen. Mindestens. Wir brauchen jemanden mit Köpfchen. Und einer guten Handschrift. Köpfchen eher weniger und Handschrift auch eher weniger. Helgut. Da bist du bei der falschen Person gelandet. Allerdings brauchen wir einen Plan. Sonst könnte es gefährlich werden. Ich mag Gefahren. Ich möchte dir helfen. Ich werde mehr Nachforschungen anstellen. Nee. Ich mag Gefahren. Ja. Du kennst mich. Ich mag Gefahren. Ich mag deine Einstellung, Darcy. Aber ich möchte nicht, dass du verletzt wirst. Ich werde auch nicht verletzt. Du bist sicher, dass du keine Angst vor gefährlichen Geschöpfen hast, Darcy. Ach. Es gibt keine gefährlichen Geschöpfe. Es gibt nur Menschen, die die Geschöpfe schlecht behandeln und dann als gefährlich einstufen. So ist das nämlich. Ach. Hier ist ja ganz viel Grün und so. Das ist doch geil. Ach nee. Jetzt ist es rot. Gut. Ja. Wir können auch mal Hellgood klicken. Nee. 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 Dann klicke ich lieber die zwei an. Ah. Äh. Eine fünf. Nein. Danke. Okay. Alles klar. So. Dann haben wir es gleich geschafft. Perfekt. Jetzt haben wir es geschafft. Und wir haben noch genau 2300 Energiepunkte. Danke für die Münzen, Hellgood. Es stimmt wohl, dass du dich gut mit Geschöpfen auskennst, Darcy. Mach dir keine Sorgen um mich, Hellgood. Ein wenig Gefahr macht mir keine Angst. Außerdem mögen mich Geschöpfe. Mehr als meine Klassenkameraden jedenfalls. Meistens. Vermutlich, weil sie den Tagespropheten nicht lesen können. Das kann auch sein. Das stimmt. Das freut mich, Darcy. Ich schätze, ich kann dir endlich alles erzählen. Glaubst du, du bist bereit für ein Abraxana? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Klar, Hellgood. Ich liebe Abraxana. Magie zu Lungen 3 erreichen. Über Abraxana sprechen. Komm zum Trainingsgelände. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich von Professor Dumbledore. Äh. Memememememem. Ja. Zeit haben wir noch. Ähm. Dann können wir losmachen. Ähm. Du musst mehr über magische Geschöpfe lernen, bevor wir uns über Abraxana unterhalten können. Junge, ich bin doch schon Level 3. Was laberst du, Alter? Was labert der Typ? Ich weiß es auch nicht, Leute. Nein, und da könnt ihr euch auch nicht widersprechen oder sowas. Nein, einfach nicht, nee. Du wolltest meine Hilfe mit einem Abraxana? Worum geht es? Ich schätze, jetzt kann ich dir alles erzählen. Professor Dumbledore möchte mehr Informationen über Abraxana in Schottland. Irgendwas mit Bergspotten. Ach so, ja stimmt. Weil die ja irgendwann kommen oder so. Unsere Beziehungen zu anderen Schulen sind bestimmt wichtig. Was soll ich tun? Eine gute Idee, jemanden mitzunehmen. Jemanden mit Köpfchen und einer guten Handschrift. Penny. Ich glaube, ich kenne genau die richtige Hexe. Ah, guck mal, da ist sie schon. Ich muss mir aber was anderes anziehen. Das sieht ja schrecklich aus. Ich muss los. Viel zu tun. Ach so, apparierst du jetzt auch oder wie? Ganz plötzlich. Hey Penny, hast du Lust, dich mit einem riesigen geflügelten Pferd anzufreunden? Äh, Hagrid steht da noch. Ich dachte, der hat's eilig. Wie bitte? Ich betreibe Nachforschungen über Abraxana für Hagrid. Genauer gesagt, über ihre Interaktionen mit Menschen. Ich könnte ein zweites Paar Augen gebrauchen. Und deine Handschrift ist viel besser als meine. Das stimmt auch wiederum. Ich habe wirklich eine schöne Handschrift, oder nicht? Ja, genau. Werd noch arrogant, Alter. Aber ich habe noch nie mit einem Abraxana gearbeitet. Wie kann ich dir helfen? Es wäre toll, wenn du mir beim Beobachten helfen könntest. Ich habe heute auch Pferde beobachtet. Das war toll. Das weiß ich nicht, Darby. Du bist die perfekte Hexe für diesen Auftrag. Ganz sicher. Hier, lass es mich erklären. Okay, dann kommt jetzt wieder so eine Dings. Ach, aber nur drei Stunden. Das ist gut. Nein, das nehmen wir nicht. Gut, dann nehmen wir das doch. Junge, ich habe gerade keinen Bock. Ich mache jetzt einfach Durchratta, Ratta, Ratta, Ratta. Und dann haben wir es geschafft. Genau, jetzt. Weil dann dauert das nämlich nicht so lange und so. Das ist gut. So, okay, ich bin dabei. Ich soll also nur Notizen machen? Ja, genau. Ich werde die Hände voll zu tun haben. Abraxana sind mächtig und schwer zu kontrollieren. Was meinst du damit, schwer zu kontrollieren? Du hast ihn gezähmt, oder nicht? Äh, nicht ganz. Ich mag Pferde genauso sehr wie du. Aber ich möchte nicht von einem Pferd in Elefantengröße zertrampelt werden. Sie sind wirklich so groß? Kommt jetzt drauf an, welcher Elefant? Weil afrikanische Elefanten sind größer als Waldelefanten. Ich glaube nicht, dass er dich zertrampeln würde. Aber ich verstehe, was du meinst. Danke, Darcy. Ich wusste, dass du mich verstehen würdest. Sag Bescheid, wenn du den Abraxana gefunden hast. Ich kann es kaum erwarten. Gut, dann müssen wir jetzt den Abraxana wahrscheinlich kaufen, oder? Lerne den Abraxana kennen, damit wir Helgut bei seinen Nachforschungen helfen können. Okay, dann müssen wir den Abraxana adoptieren. Äh, meh, 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 meh. Wir können hier mal kurz rüberhuschen zu dem. Und gucken, wie viel der kostet. Der ist hier. Uh, 90 kostet der. Warum kostet der denn so fucking viel? Oh mein Gott. Weil wir haben nur neun Bücher. Das ist sehr weird. Okay, jetzt noch ein Diricol. Irgendwann will ich hier auf jeden Fall alle Pferde haben, genau. Äh, alle Tiere. Knall. Für 30. Ist hier vorne nicht noch was? Ja. Da ist ein Wichtel. Oh mein Gott, den habe ich fast übersehen. Äh, meh, 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 meh. Gut, dann heißt das jetzt wohl sparen wieder, ne? Ähm, okay, wow. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Äh, da müssen wir wahrscheinlich eher wieder warten. Ähm, ja, aber ich würde damit jetzt auch die Folge beenden. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo. Da würde mich sehr darüber freuen. Und, ja, kommentiert auf jeden Fall auch gerne die Kommentare und die kommentierten Kommentare. Und, ja, habt noch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und, ja, tschö. Mit L. Und, ja, tschö. Ja, tschö.